Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xilla. In der letzten Folge haben wir Elise und Elvin wiedergefunden. Tipo, ja, was mit ihm los ist, das weiß man ja schon seit langem nicht, aber jetzt benehmt er sich noch merkwürdiger. Mila ist ein totales A zu Elise, finde ich, und Jaws zurückgekehrt. Und anscheinend kann sich Elise erinnern an was auch immer. Und was das ist, das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play. Nein, jetzt. Lass mich raten, und dadurch ist sie in der Lage... Ah, das habe ich mir ehrlich gesagt gedacht. Das habe ich mir ehrlich gesagt aber auch irgendwie gedacht. Das macht aber keinen Sinn. ein Feuer, der sich vollkommen anders genommen. Oh, okay. Okay. Wo sind unsere kleine Elisabeth, Mutter und Vater? Sie... Sie sind nicht mehr mit uns. Was? Als Sie nur vier Jahre alt waren, Ihre Eltern wurden attackiert von einem Bandit... ... und verletziert. Ich werde sie nie wieder sehen. Nicht Mutter... Nicht Vater... Nicht sogar Teepo! Hey... Ich weiß, wie schlecht das muss... Sie haben noch deine Eltern und Freunde! Als ob diese Leute überhaupt nicht verstehen können, wie du fühlst. Elise, warte! Ach, verdammt Puchers wieder. Hold on. Warum war Elise in diesem Laborator? Well... Sie wurde hier gebracht. Verzahlt, wirklich. Es war diese Frau, die aufhörten und sie zu dem Laborator holte. Was war ihr Name? Ich glaube nicht, es war Isla. Ja, das ist es. Isla. Okay... Das macht... Das erklärt... Warum... Ich habe kein Recht zu sagen, dir das... Aber bitte... Never let that child again alone again... Keine Sorge... Na, äh... Springen du wieder... Äh... Äh... Ich werde sie nicht allein lassen, keine Sorge... Alvins Wunde... Alvins Wunde... Wieso sollten wir dir nochmal gleich trauen? Wieso sollten wir dir nochmal gleich trauen? Ja... Basically... Boosters brauchen einen kompatible Partner. Und sie sagten, sie hätten nie einen mehr kompatible Match als Elyse und Tipo gesehen. Also... Ich glaube, dass die Date, die Tipo geschrieben wurde, wird es ein großes Problem in der Welt des Booster-Developments. Aber was hat Exodus mit Boosters, wenn sie bereits Spiriks haben? Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich weiß nicht die Antwort auf das. Aber wir wissen ja eine Sache. Wahrscheinlich. Es kann sicherlich nichts gut sein. Ja... Mit erinnern wir noch Chris, langschwert sich gerade... Ah... Wo sind jetzt Leia und Elisa zu meiner Heiler? Warum denke ich eigentlich immer so was? Also ob Elisa an sich schon weg ist... Das ist schon schlimm genug... Oh man... Natürlich voll die traurige Hintergrund-Story... War ja klar... Man... Glaub ich nicht... So können wir jetzt... Okay... Wir können doch mal... Jan Tu... Na... Klasse... Something on your mind? Huh? You haven't been yourself since we spoke to Jao. Ja... Wie ist sie in Hangarant gekommen? Ich bin gespannt... Ich bin gespannt... Hier war ein eventvoller Mannhunt... Aber wir haben das in ein Stück gemacht... Ich bin so sorry, dass ihr alle getrunken habt... Was eine horreliche Überraschung... Bist du eigentlich irre? Du kannst doch jetzt nicht sagen, dass sie... Die... Elisa hat schon genug gehört... Oh... Achso... Ach ja... Und jeder weiß ja, dass wir... Und wenn Jürgen herausfinde... Was mit der Mädchen zerreste mein Herz. Aber ich hatte keine Wahl damals. Bitte nicht sagen Jürgen! Er weiß nicht. Wie kann ich ihm sagen? Er ist ein guter Mann. Aber es ist alles in der Vergangenheit, nicht wahr? Deine Frau sollte diese Dinge wissen. Du bist eine Frau? Wie kann man das nicht verstehen? Ich kann das nicht verstehen. Ich bin verletzt. Wenn er über meine Vergangenheit herausfinde, dann würde er mich verlassen. Ich habe endlich mit Jürgen gefunden gefunden. Für einmal in meiner Leben. Bitte nicht. Bitte nicht ihm. Bitte nicht. Ich glaube, dass ich das Menschen verstehen werde. Es hat so viele Regeln und Regeln. Was müssen wir machen, Elise? Du entscheidest. Einigung. Was ist das? Was? Ich bin schon ein paar Korte. Wir müssen ihm über die Wyvern sprechen. Was ist das, Kind? Aile sagte, dass sie nichts tun können, um es um Elyse zu machen. Aber sie hat wirklich versucht? Ist es wirklich nichts, die sie können? so und ich würde ehrlich gesagt mal wieder einen ernsteren ton hier anstreben na gut ich würde sagen wir kümmern uns jetzt noch um die ganz kleinen nebenquests die man noch aufnahmen und zwar wenn ich jetzt wüsste wir geben jetzt hier mal diesen pinken stoß dann ab weil diese muss ja irgendwie aufgeheitert werden das war überhaupt nicht zur story aber was passt überhaupt nicht zur story okay noch mehr noch irgendein blödsinn ich machen muss weil langsam ich könnte maram schwarze federn abgeben rosa nimmt es mag ja zu fahrt elise stalker ok aber wir gehen jetzt erst mal ich weiß nicht waffen auflösen oder rahmen schwarze federn abgeben oder beides was wir in zwei minuten schaffen ich habe zwar nicht etwa genug haben aber man kann ja machen und dann mache ich freut feierabend und wir haben 189 verdammt na gut dann ballern wir hier die leben wieder auf jung und sagt mega was dafür bekommen nicht fische mein gott ist uns waren 40 doppelte natürlich auch von viele auch jetzt große zepter und metall haben wir schon lange nichts mehr aufgehört mit glaube ich und objekt laden zu haben müssen wir damit so habe ich wusste es offen landförderer objekt landförderer und so weiter und so fort und 10 galt na gut wo der spreche punkte ja dann würde ich sagen ich mache ja ein schnitt und fach macht feierabend für heute und wir sehen uns dann im nächsten part von let's play tales of xia ich bedanke mich fürs zuschauen und tschüss